Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kopp. Unser Thema heute ist Kaki-Pflanzen. Wir verkaufen immer Kaki-Pflanzen und haben uns deshalb entschieden, sie von Grund auf selber anzuziehen. Und als Folge davon gibt es sie jetzt auch in einer Qualität als Pflanzen im 5-Liter-Contain. Und so sehen die Pflanzen aus, weil sie möchten ja wissen, wie gross die werden. Die werden circa 70-80 cm hoch und so werden sie nachher verkauft. Denken Sie daran, im Herbst, Winter natürlich ohne Laub. Selbstverständlich, das Laub verlieren Sie. Der Vorteil der kleinen Pflanze besteht darin, dass sie weniger, viel weniger Pflanzschock hat, wenn sie umgepflanzt wird, als eine grosse, zweijährige, dreijährige Pflanze mit 10-Liter-Topf. Und dass sie dann eigentlich viel schneller vorwärts gehen. Sie können damit rechnen, dass diese Pflanze teilweise schon im zweiten, sicher im dritten Jahr bei Ihnen frisch betragen wird, blühen wird, frisch betragen wird. Wir hatten vereinzelt jetzt schon im Sommer, außerhalb der Saison, hatten die das Gefühl, den hat es im Topf und bei uns im Plastiktunnel und auf den Containerfällen so hochgefahren, dass sie gleich schon mal mit Blühen begonnen haben. Das heisst, durch diese Qualität der einjährigen Verredelung, dann auch durch die Tatsache, dass es keinen Pflanzschock gibt, wird auch die jungenile Phase verkürzt und es gibt schneller Früchte auf den Kacki-Pflanzen, die wie gesagt im Künfteltopf ca. 80 cm hoch sind. Hm, wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zur Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier, hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen. die Früchte auf dem Monak in der Ilkw ça gleicht von Cris. 44. 46. 42. 42.